Oh mein Gott, was ist denn das? Das ist eine Maske. Peter, die ich für Christina erworben habe. Schon als Geschenk. Und leister dich schön. Also das ist sicher kein Buch. Es kommt von weit, weit her. Wie aufregend. Eine Maske? Ja. Eine afrikanische Maske? Aus Liberia. Peter hatte dort zu tun. Und ich war mit. Er hat den ganzen Tag gearbeitet. Und ich habe im Hotel gesessen und CNN geguckt. Eine Stammesmaske? Ich war zu ängstlich, alleine rauszugehen. Ja, was hat was? Die ist immerhin echt. Nicht das Zeug, das man am Flughafen angedreht kriegt. Die ist echt. Aber was hat sie für eine Bedeutung? Äh, was hat sie für eine... Bedeutung? Ihre Geschichte, Funktion, ihre Vita? Oh. Zu welchem Stamm gehört sie? Sollte sie Regen dabei zaubern? Oder diejenigen, diejenigen verdammen, die gesündigt hatten? Hat die Person, die sie trug, sich in Exal zu ersetzen, um die Seele, die ihr Vorfahren zu beschwören? Oder um eine bessere Ernte zu erbitten? Oder möglicherweise um Hunger und Tod über ihre Feinde zu bringen? Und jetzt haben wir sie in diesem Haus als dekoratives Objekt und das scheint mir, wie soll ich das sagen, respektlos, würde ich sagen. Sowohl dem Objekt gegenüber als auch dem Künstler, der es erschaffen hat. Aber ich sage euch, sehr nett. Du hast mir gefehlt. Ja. Es war... Ich war sehr beschäftigt. Seilsames Timing. Das werde ich hier noch schwingen. Timing. Das Buch meine ich. Ich hoffe, es ist nicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bleibt. Also ich bin wütend. Ich hab Hunger. Ich auch. Ich lebe dich selbst. Schatz? Kann ich Roten haben, Schatz? Klar, Schatz. Schatz, warum setzt du dich nicht mehr gegenüber? Okay, Schatz. Stäbchen oder Gabel? Jeder Wirbel. Da spinnt was drin, was da nicht rein gehört. Kann ich sehen. Sieht aus wie ein Fingernagel. Ein Fingernagel? Ja, da fängt es mich doch an. War das bei mir? Tschudi, ist der gut? Ist der gut? Trotzdem, danke. Ich kann sie auch nicht zupökeln. Denn ich bin verdammt auch mal kein Stück Fleisch. Du, Fick-Dinosaurier! Nein, das war eine interessante Aufgabe. So viel, Jatz. Ja, so viel, Jatz. Wie hat sie das gemeint? Fick-Dinosaurier. Ja, wie hat sie das gemeint hat? Ja, so viel, Jatz. Ja, so will's. Marc ist der Hang sé Kenntagel. Die Angenchunguertsится.